In unserer letzten Episode haben wir gesehen, wie Lara Croft ihren Verstand und ihre verbesserten Fertigkeiten nutzt, um Herausforderungen ihrer Umgebung zu lösen und auf dieser mysteriösen Insel tief im Drachendreieck zu überleben. In dieser Episode zeigen wir euch, wie Lara ihre Ausrüstung und das Basislagersystem zur Erkundung der Insel und zum Entdecken einiger der vielen Rätsel nutzen kann. Ob sie über steinige Abgründe klettert, reißende Flüsse überquert oder unterirdische Gräber erforscht, Lara muss zu einer Meisterin der Erkundung werden, um das tödliche Terrain der Insel zu überstehen. Dies ist Tomb Raider Leitfaden zum Überleben Teil 2 – Erkundung. Wie wir in der vorherigen Episode erfahren konnten, erlauben Basislager Lara die Verbesserung ihrer Fähigkeiten durch Verendung bestimmter Aktionen und durch Sammeln von Erfahrungspunkten. Allerdings sind Basislager nicht nur eine Möglichkeit zur Anpassung ihrer Fähigkeiten und Ausrüstung, sie sind auch das Fundament für das Erkundungssystem namens Schnelle Reise. Schnelle Reise ist ein einfaches, kartenbasiertes System, das es Lara erlaubt, sofort an jeglichen zuvor erkundeten Punkt auf der Insel zurückzukehren. Nachdem Gebiete wie die Absturzstelle des Flugzeugs, an der Lara Wölfe abwehren musste, oder das Lager aus dem Zweiten Weltkrieg, von dem aus sie versuchte, einen Notruf zu senden, abgeschlossen wurden, werden die Basislager innerhalb des Gebietes automatisch freigeschaltet und als neue Orte auf der Inselkarte angezeigt. Mit dem Schnelle Reisesystem kann Lara zurückgehen und Gebiete nochmal zerkunden, um Bergungsgut zu sammeln, Erfahrung zu gewinnen und neue Hinweise zur Aufklärung der Inselmysterien aufzudecken. Vielleicht wurden Dinge übersehen. Diese Ruinen sind älter als die Kofun-Periode. Wie die Tagebücher der Endurance-Crew oder dutzende japanische historische Gegenstände, die Lara helfen, die Inselgeschichte zu verstehen. Um sicherzugehen, dass Laras ursprünglicher Weg nicht verschwindet, wird der Fortschritt in der Geschichte in Wegpunkten auf der Karte angezeigt. Das Benutzen der schnellen Reise pausiert das Hauptabenteuer und Wegpunkte bringen sie dahin zurück, wo das Abenteuer weitergeht. Ein Schlüsselelement, das ans schnelle Reisesystem anschließt und die Geschichte erweitert, ist die nötige Verbesserung der Ausrüstung. Beim ersten Betreten vieler Gebiete ist Lara oft nicht ausreichend für die Erkundung steiler Küsten oder Bergspitzen ausgerüstet und erreicht viele versteckte Orte nicht. Mit der Erweiterung ihrer Fähigkeiten und Erfahrung erhält sie neue Ausrüstung, wie die Schrotflinte, Feuerpfeile und das Seil. Dadurch spielen Anpassungen und Fähigkeitenerweiterung eine bedeutende Rolle in diesem Abenteuer. Laras Burgen bleibt so vielseitig wie immer und mit dem Seil kann er jetzt auch benutzt werden, um Seilpfeile herzustellen und an bestimmten Punkten anzubringen. Sobald diese Technik gemeistert ist, kann Lara ihre eigenen Seilrutschen bauen, um gefährliche Gebiete wie Abgründe oder Flüsse zu überqueren und zuvor unzugängliche Orte zu betreten. Lara kann Seilpfeile an zerstörbaren Elementen anbringen und damit Barrikaden aus dem Weg räumen, blockierte Türen öffnen oder Objekte außer Reichweite bewegen. Ein weiteres Beispiel für neue Fähigkeiten ist die Schrotflinte. Diese schlagkräftige Waffe fügt Laras Arsenal eine neue Kampftechnik hinzu. Außerdem können mit ihr Barrikaden gesprengt und zuvor blockierte Gebiete eröffnet werden. Dies gibt Lara noch einen Grund, in bereits erkundete Gebiete zurückzukehren und nach versteckten Geheimnissen zu suchen. Durch das schnelle Reisesystem wird Lara erst zur unerschrockenen Abenteurerin und fördert Geheimnisse und Mysterien der Insel zutage, die zeigen, was es heißt, ein Tomb Raider zu werden. In der nächsten Episode zeigen wir, wie all diese Elemente der Fähigkeitenentwicklung, Erkundung und Verbesserung der Ausrüstung im Gefecht zusammenkommen, wenn Lara kämpft, um nicht nur die Insel, sondern auch ihre gefährlichen Bewohner zu überleben, die sie und die Crew gefangen nehmen wollen. Nächstes Mal beim Leitfaden zum Überleben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017